Wie rum sollten eigentlich die Tassen auf dem Siebträger stehen? Kommt der Tassenboden nach oben oder nach unten? Und ist das überhaupt wichtig? Dass Espresso-Temperatur empfindlich ist, habe ich euch in einigen Videos schon erläutert. Deswegen sollte man auch die verwendete Tasse für den Espresso gut vorbereiten. Häufig sieht man, dass die Tassen auf Kaffeemaschinen umgedreht werden, sodass eine Art Kuppel entsteht. Hier kann sich die Wärme schön drunter sammeln und die Tasse ist bestimmt gut aufgewärmt. Nimmt man die Tassenheizung etwas unter die Lupe, wird man bemerken, dass die meiste Hitze am Metall oder Rost abgegeben wird. Die Tassenränder werden in diesem Fall also zum größten Teil aufgewärmt. Deswegen sollte man die Tassen am besten mit dem Boden nach unten lagern. Das sorgt dafür, dass der Bereich der Tasse schön aufgewärmt wird, wo nachher auch der Espresso hineintropft. Um die Hitze trotzdem etwas zu stauen, können wir darüber ein Geschirrtuch legen. Doch auch nach der Aufheizzeit meiner Maschine sind die Tassen manchmal nur lauwarm. Deswegen beziehe ich kurz etwas heißes Wasser hinein und leere es vor dem Bezug aus. Der Espresso tropft also in keine kalte Tasse und hält zum Beispiel einen Cappuccino länger warm. Und das sollte die Frage beantworten... ... ...